Brav und nackt – ein besonderes Spiel der Macht Das bittersüße Spiel um Dominanz und Macht tönt nicht nur Erik mächtig an. Auch seine Frau spürt die Erregung aufweilen, als sie ihm jegliche Art der körperlichen Erleichterung strengstens verbietet. Damit Eriks Gefühle schließlich unkontrolliert hervorbrechen dürfen, erteilt sie ihm endlich die lang ersehnte Erlaubnis. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de